hallo und herzlich willkommen heute möchte ich ein kleines werkzeug vorstellen für die arbeit am pc beamer wann immer präsentiert wird möchte man auch gerne bestimmte markierungen auf dem display vornehmen die die schüler sehen und dann fangen wir also gleich mal an ich starte den windows explorer gehe in meinen usb stick öffne meine portable apps umgebung da ist in dieser umgebung habe ich hier verschiedene werkzeuge schon zur verfügung ich starte einen browser ich möchte das programm natürlich zunächst in die umgebung integrieren dann suche ich nach point to fix point to fix port table hier wird das programm vorgestellt point to fix da sind wir auf der homepage die version ist neu scheint also raus gekommen zu sein hier kann man sich über das programm informieren zur bedienung was neu ist download kontakt aufnehmen etc das ist natürlich für uns wichtig dass wir es auch legal einsetzen können ich gehe auf download wähle jetzt hier neueste version gut das beta muss uns jetzt sicher nicht stören da ich es auf dem usb stick einsetzen möchte möchte ich es also nicht installieren sondern als direktzip lade es herunter gehe in den ordner markiere die beiden dateien rechte maustaste kopieren wechsel auf den portal apps usb stick in den ordner portal apps lege mir hier einen neuen ordner an mit dem namen point fix mit der enter taste wechsel ich in den ordner steuerung v oder kontextmenü rechte maustaste einfügen habe ich die beiden programme hier oder die beiden dateien jetzt hier drin zur verfügung wie geht es jetzt weiter nun datei technisch ist jetzt erstmal alles passiert ich starte das portable apps menü und unter anwendungen ich gehe mal unter anwendungen kann ich die symbole neu laden und jetzt habe ich hier unter bildung mein point fix sollte es unter sonstiges erscheinen kann ich mit der rechten maustaste natürlich dass in jede der kategorien die ich hier zur verfügung habe auch leicht verschieben ich starte point fix so sieht es aus das erscheint üblicherweise an der rechten oberen bildschirmecke starte ich das point fix habe ich jetzt hier die werkzeuge zur verfügung hier kann ich die größe einstellen ich habe hier eigenartigerweise die lupe an das ist nicht so toll hier kann ich die größe einstellen hier kann ich die farben wählen hier transparente farben hier deckende farben werkzeuge die beiden symbole funktionieren nur wenn wingdings als schriftart installiert ist auf dem system dann fangen wir gleich an ich habe jetzt hier das freie handwerkzeug ausgewählt und die farbe grün transparent das ist natürlich besser zu sehen wenn ich sticker mache dass das transparent ist wenn ich das andere grün nehme dann ist das deckend ich kann linien zeichnen gerade linien ich kann pfeile zeichnen natürlich auch dünnere pfeile ich kann natürlich auch rechtecke produzieren die letzte eingabe kann ich leicht rückgängig machen ich kann alles verwerfen in den papierkorb schmeißen ohne dass ich das programm schließe mit fertig wenn ich das programm mit fertig schließe geschieht dasselbe das programm geht dann allerdings in den bereitschafts modus solange das fenster offen ist haben wir hier diesen whiteboard modus in dem wir also hier diese dinge alle durchführen können ja die größen darstellung lässt sich also entsprechend variieren die farbe auch deckende elemente transparente elemente zoomen hinein zoomen heraus zoomen das kann man auch mit dem mausrad nach vorn bis zum faktor 10 mausrad zurück macht das ganze rückgängig und zack und zack das ist übrigens immer auch in gewisser weise abhängig von der größen darstellung das ganze hier das geht auch mit solchen symbolen also ein werkzeug wie man es sich wünscht man kann natürlich hier auch mal einen text einschreiben oder in einer anderen größe das ganze in vier stufen ist also völlig ausreichend möchte ich nicht insgesamt zoomen oder mit dem mausrad kann ich hier die lupe verwenden die größe der lupe ist ebenso abhängig von den einstellungen hier oben von den größen einstellungen ich sehe jetzt oben links in der lupe 200 prozent vergrößerung also verdoppelt klicke ich rein habe ich auch eine vierfache vergrößerung zur auswahl durch klicken kann ich also umschalten zwischen zwischen zweifach und vierfach ja das werkzeug lupe kann ich mit einem anderen werkzeug durch ein anderes werkzeug ablösen sehr gut die möglichkeit jetzt hier bestimmte bereiche meines bildschirms einfach auszuwählen und zum beispiel in die zwischenablage zu kopieren ich öffne mal mein er von view hier kann ich das jetzt wieder einfügen das sehe ich da ist genau der ausgewählte bereich in der zwischenablage das kann ich natürlich auch in einer textverarbeitung und in allen anderen programmen einfügen und damit entsprechend arbeiten auch mit den gemachten bemerkungen ja drucken kann ich es direkt ich kann das aus den ausgewählten bereich als bilddatei speichern und zwar als png oder jpg ich kann den ausgewählten bereich versenden was kann ich noch zu den grundeinstellungen über info einstellungen kann ich hier jetzt verschiedene grundeinstellungen machen also gründlich durchlesen hier lege ich die ordner fest wo die screenshots beziehungsweise die e mail bilder dann abgelegt werden ich kann hier noch mausrad hinein herauszoom verwenden wenn mich das stört kann ich es ausschalten und so weiter zeichenfunktion sofort beim programmstart öffnen ich kann die mittlere größe wenn die schmale größe zu klein ist die mittlere größe als standard hier einstellen und vieles andere mehr wie wir hier sehen das ist also völlig in ordnung und auch sehr ausreichend hier kann ich noch eine online hilfe aufrufen so viel zum thema arbeiten mit point to fix geschlossen wird das ganze hier ich denke das war anregung genug sich zu überlegen ob man bei der arbeit mit einem beamer zum beispiel und schülern beziehungsweise in vorträgen das werkzeug benutzt um spezielle markierungen etc vorzunehmen viel spaß beim ausprobieren und wie immer in der hoffnung dass es hilft dann kommt er버 western